Es tut mir leid, ich muss euch nochmal mit einem Kürbisrezept behelligen, bevor die Weihnachtsbäckerei beginnt. Hier ein richtiges Sattmacherblech und es geht so verdammt einfach. Das Feste der Kokosmilch mit Sojasauce und Gewürzen vermengen, Kürbis und Schupfnudeln unterheben und Käse darüber streuen. Ich hatte leider nur noch sehr wenig Käse da, aber es war völlig ausreichend. Wer sich jetzt fragt, den Hokkaido dürft ihr ruhig mit Schale verwenden, die wird beim Backen schön weich. Viel Spaß beim Nachkreieren!